Meow. Willkommen zurück zu Hellblade. Wir beschreiben den Weg zu Surt. Und die Nachbarnen, auf seine Flamige Wälder, um ihre Enemies zu den Grenzen zu holen. Find ihn, Senua. Und Spill his Blut. Sie hat den Wretched Old Fool auf der Weg zurück aus den Wilds gefunden. An Alkastin war es immer wieder verletzt. Sie machte ihn, für er war nicht lange für diese Welt. Wie sie, der von seiner eigenen Schmerzen sprach. Die Northmen. Die Northmen erzählen diese Geschichte. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Sid. Untertitelung des ZDF, 2020 und sehen die Welt wie du machst. Du bist auf Walter. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und ich höre sie ihre Lachen, in der Wind. Sieh sie auch, Senna? Ja, ich habe sie gehört. Und ich höre sie jetzt. Sieh sie? Sieh sie! Ph calamus! Schau spside. Schau sp Medium. Die Wegseite zu Helheim ist unterteilt. Nieunendlich sprechen Sie Almost Through the Dead. Schau nach die Tür und sie sehen, dass sie öffnet hat. Als sie zu meinem Land kamen, wusste ich genug, um ihre Sprache zu betrachten. Und sie haben mich als schlau. Ich wünschte, dass sie mich als die anderen verletzten haben. Ich habe ihre Kräfte von Feuer, Tod und Schlaufe für viele Land. Diese Schmerz, die Sie sprechen? Ich weiß es gut. Und ich bin noch hier, um ihn zu kämpfen. Die Schmerz, die Schmerz! Die Schmerz, die Schmerz! Die Schmerz! Sie sind bereits bereit. Sie ist bereit auf! Sie sind bereit! Sie sind bereit! Re Tails! Sie sind bereit! Was ist es? Sie hat ihn! Sie hat ihn! Es ist da. Es ist da. Der ist ein Fokus auf der Sentinie. Wenn du eine Feuergabe von Surt hast, seht, dass nur ein Sacrifice wird die Fires von Muspel und die deaden durchgehen. Findet die Feuer, Senua, um den Weg zu Surt zu folgen. Das war's für heute. Geh weg von den horrorsen es gibt, denn du kannst nicht überraschend sein, wenn du nicht nachdenkst, wenn du nicht nachdenkst. Was ist passiert? Was ist der Feuer? Wo ist der Feuer? Der Feuer? Der Feuer? Surt? Surt ist durch da. Er ist wunderschön. Wir können durch. Wie wird sie durch? Sie müssen eine andere Weg finden. Truth? Surt? Surt? Find your own path? Es ist immer eine andere Weg. Find your own way. Find your own way. You just have to find it. Surt is waiting for you. It was never going to be easy. He's waiting. Surt is waiting for you. The Northmen say that the Defender of Muspel is called Surt, the Foremost of the Fire Giants. His name means the Black One. Because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword. And at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious. And then burn the whole world with fire. Another gate. Another gate. Another gate. She needs to find it. Another fire sacrifice. Another fire sacrifice. Find the fire Senua. To follow the path to Surt. What? It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Mama. Everything will burn. Concentrate. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn. Then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell. The Northmen made fire sacrifices. Burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. I have to take the next stone for you. For you. There is. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun. And the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it. But Odin ever seeks knowledge and magic. Hoping, hoping to find a way to postpone that dark day. Okay. This is the ALEXANDERvocacy. You know what I'm following. Oh my god... na 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 na. Watch in the voi. Mega man... Ugh... I already danced later. Come on... Das war's. Das war's. Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua. Find your own path like I find mine. My gods abandoned me. I am alone. Find the fire, Senua. To follow the path to Surt. The northmen of hell worship the devourers. Insatiable gods of darkness. I come from Eren, Senua. Where I once followed my own gods. The Toaha de Danon. Why did you abandon your gods? Senua. I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. The northmen say that what we see as a rainbow is the bridge that goes from the world of men to the world of the gods. For now, they say the frost giants and the mountain giants cannot cross it. But they say that when Ragnarok comes, not a thing in this world will be safe. The rainbow bridge will break under the onslaught of the fire giants riding on flaming steeds. Senua, I have seen the fire of Surt spread far and wide, and to our lands. Ragnarok is coming. Ragnarok is coming. Ragnarok is coming. Ragnarok is coming. Was ist das? 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 Wach! 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 Schluss! End das jetzt! Du sagst, dein Leben hat sich verlassen. Sehr gut. Lass es sich abschneiden. Und schütze deine Teile. Geh deine Welt! Meine Welt ist tot. Nur dann, als mit einem neuen Kind, wirst du die Welt ansehen? Nein. Ich sehe nichts. Ja, wir sind fast angekommen. Senua, once I find my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see it clearly in others. Find the fire, Senua. Even my captors, fear is the fire absurd. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow me. A fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right too. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. I'm glad I found you in the wilds. Ja, an dieser Stelle beenden wir dieses Wochenende. Ich danke euch sehr, dass ihr zugeschaut habt. Nächste Woche Samstag stehen wir dann unserem zweiten Gott gegenüber, Surt. Der Gott des Feuers. Schaltet wieder ein. Bis dann. Drei Abonniert Drei 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 Vielen Dank.